Wettbewerb Und dann gibt's den Wechsel vorne. Jakob Bucabe. An der vierten Position ist ein lauer Stellung. Aber vorne, da macht Jakob Bucabe hier Druck. Er gibt das Tempo vor. Vor der Ruane. Wer ja da das Nachsehen hat vorne. Das scheint hier total ungefähr zu sein, was Jakob Bucabe da macht. Aber den Meierring, der kommt vielleicht noch mal auf ihn. Der letzte Runde. 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 Und letzte Chance vielleicht für den Meierring da noch mal ranzukommen. Aber Jakob Bucabe macht das. Und Herr Urano. An der zwei. Kälter. Sieben im zweiten. Sieben im zweiten Runde. Die Runde. Er wurde hier in der второй Runde. Sieten im zweiten Runde. Sieben im zweiten Runde.